ein von der Fresse aufgetaucht warum kann ich dieses Spiel dieses Spiel Spinnnetz nicht kaputt machen und ich habe nicht sein Schwert das versucht okay bei mir ich habe Wasser und Kinder und Schauer die Almo über hier zu mir nur mit war hier hier hinter dir hier die Pistole ich dachte das war ein Eimer mit Wasser voll wie eine 2 das wäre das war das Lär 9 Romaren aber du machst mich fertig und die Arbeiten ich nicht für die KK ich gehe jetzt nach unten Dauer Aua ich bin mir sicher das hast du eine Spitzhacke für mich übrig ich habe eine Diamantenspitzhacke nur eine ja oh man das ist doch blöd warum hast du keine für mich nein dann muss ich den ganzen Weg wieder hoch ich bin sowieso schon weg oh man das ist ja tausendmal zum Kotzen weil ich bin jetzt gerade beim ganz unten echt? ja er ist jetzt mal ganz unten oh das kotzt mich jetzt an jetzt muss ich wegen dem Scheiß da hoch verdammt verdammt das kotzt mich an ok ich bin Level 23 23 jetzt bin ich Level 21 17 aber wir können eigentlich die das System könnte man eigentlich weglassen einfach nur ein ganz tiefes Loch machen weil dann wird uns fast versichert dass nichts verbrennt verstehst du? weil bei der Lava kann sein dass manche Sachen verbrennen aber sie mich verstande mhm he oh diesen schwarzen Stein ganz unten kann man nicht abbauen oder? mit einer Diamanten? also ganz ganz unten nicht ne nicht mal mit Diamanten also ja wie schwarz ist er denn? ganz schwarz dann kannst du ihn abbauen ich wenn er so richtig richtig ist er so li- so ähm leicht leicht lila ja ja dann kannst du ihn abbauen aber das dauert ähm zehn Sekunden also von neun Sekunden irgendwas mit Diamantenspezial ja es geht nur mit der ne das funktioniert nicht ich bin schon voll lange drauf und dann bist du ganz unten und das ist was anderes schade schwöre ich werde in dieser Hölle sterben sehr schade aber hier waren wir anscheinend auch schon hier sind Fackeln das müssen doch irgendwie Diamanten sein Apropos Fackeln ich brauche jetzt kräftigen Boxmann das geht jetzt nicht mehr ich brauche Diamants Diamants so was wollte ich was wollte ich was wollte ich ich wollte Spitzhacke nein 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 ich wollte das oh Redstone was kann ich mit deinem Feuerstein machen mh Pfeile 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 hast du genug Pfeile ich hab nicht ich hab überhaupt keine Pfeile gar keine okay ich vermute dass ich auch jetzt drauf gehen werde und dann hast du auch keine Diamantenspezial ist auch am Arsch Pfeile 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 aber das Risiko muss ich eingehen und dadurch sie kommen vor allem nicht ein schlechtes Gefühl wieso bist du denn um unten und da war da wo du mich gerade sucht hast wir haben so was Pfeile nun tiefer unten also Lernbe 5.000 jetzt wurde es jetzt ist 15 nein ich hoffe um ihr Leute könnt noch mal sehen und macht sich nicht glaube ich versuche das ein bisschen heller zu machen und wo ist das hier Heimlichkeit Grafik Einstellungen die als schon auch voll also zu werden sie schon voll hell aber eigentlich nicht was zu keine Dinger keine Fackeln ne dann muss ich wieder nach oben gehen und fackeln naja aber was ist wenn ich jetzt was finde Danasch verkackt jetzt in dem Moment ich seh auch nix apropos Fackeln tada so upsala wir können den hier machen ah man oh auch sie steht da sagt die Kuh doch schon ist es geht noch tiefer hier boah ich muss hier ausgaben der muss ich einmal Wasser hinschmeißen wo muss denn hier aus dem Fall mhm mhm sieht voll gefährlich aus enttäuscht bumm boah Sascha was machst du denn die ganze Zeit du bist voll leise geworden ich grusle mich weil ich ich habe noch nie so viel gesehen gesehen so viele geheimnisvoll ist hier okay ich verstehe ich versuche m mein erster Ort zu finden damit ich es dort ablegen kann die ganze sachen dein erster Ort ja wo ich angefangen habe ach so okay da wo du uns abgefickt hast genau damit ich dein Diamant ablegen kann kann man auch so sagen kann man muss man muss man nicht kann man ich kann das auch war noch ein Monster ja du bist ja lustiger Witzbold hab du mich gerochen hast du kleine Ratte so also das muss jetzt rein theoretisch funktionieren ja ja diesen Ort kann ich doch hier war ich schon tausendmal echt ja 1000 mal warst du da schon ja mindestens wenn nicht noch öfters meinst du jetzt kann ich eigentlich hier ähm Wasser auf Lava oder Lava auf Wasser musst du ausprobieren also Lava auf Wasser glaube ich ja boah das geht doch gar nicht muss muss alles funktionieren dumm 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 ich mach's uns hier ein bisschen Backwam Backwammer wow Pflastersteine also Jungs ich hab langsam Schiss hier echt klar einfach so Schiss hast du da mhm ohne ohne ja ich will nicht sterben Mann ja ich verstehe das ist und das ist jetzt hier noch keine Ahnung viel Abenteuer aus nein Mann das ist das ist falsch was das ähm das ähm Lava auf Wasser ist nicht korrekt man muss das andere ausprobieren oh ich mich vergisst das Jungs tja das ist der sichere Tod echt ja mhm mhm mh 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 Jungs könnte mich erklär aufklären jetzt mit Milch kannst du dich regenerieren wo zum Teufel soll ich da Milch haben jetzt scheiß Dreckmann wo ich werde auch gleich vergiftet ich werde sterben ich werde sterben jajaja ich werde sterben ich muss aber die Sachen finden das ist es schon dass da ist ein Diamant ein ganzer Diamant jemand ein ganzer Diamant wieso sind wir denn da bisher angepasst meine Herrschaften hey du kannst dich vorstellen wie angepasst ich bin also bitte äh unterstütze mich oder so wieso soll ich dich unterstützen wenn du mich nie unterstützt oder so ich musste die ganze Falle hier alleine bauen mein erstes Monster oh boah er kann ja wieder zurückhüpfen weil ich hier brauchen Wasser ich werde es finden ich glaube es ja nicht es ist mir egal ich werde es finden der feiert hier er feiert mein scheiß Monster ist am feiern weil ich da ein Wasser einmal zu wenig hab mh die Ratte ist am feiern er feiert knallhart er ist am feiern wieso feiert er es oh boah die giftigen Spinnen die sind voll ich bring Wasser runter aber wenn ich Wasser hier unten hab dann werde ich euch sowas von kalt machen ihr verdammten Monster ich hab die Lage unterschätzt ja ja ich hab Wasser zu fahren das ist nicht so einfach wie man denkt ich hab kein Wasser okay unsere Falle funktioniert Kinder wir können feiern wir dürfen feiern wir dürfen feiern die viele Arbeit hat sich gelohnt wir werden jetzt kein ich muss nach Hause wie komm ich wieder nach Hause na wie komm ich denn wieder nach Hause oh wir haben einen Kamin ach ist das kaltig das ist so kaltig ich werde meine ich werde meine ich werde meine ich werde meine Sachen nicht finden ich werde meine Sachen nicht finden ich werde ich werde meine Sachen nicht finden ich werde ich werde ja man hat es wurde gelöst warum hat er eine Lederrüstung an wer dieses komische Monster Ding hier wer warum stimmt man so schnell bei der Gift spielen weil du dann infiziert bist wie bei 28 weeks later ja komisch komisch total komisch man es gibt es mich voll an mich bist auch als aber ich muss jetzt gleich suchen wo ein Mann das ist geschafft mit dem ob sie auch zu scheiße wo und nehmen und haben mich nicht das war aus wo auch wir machen wir wollen angst um so ist ein Punkt um ich muss hier weg ich muss hier einfach wenn ich in den Bildern 9 eine Spinne macht mir mein Leben zur Hölle aber ich war selber schuld ich habe ganz viele Spinnfäden gesehen und da bin ich eingebrochen ja ich wusste ich dachte man da ist was gefährliches und ja also man kann angeblich Sachen reparieren das ist egal man Werkzeug in dem man zwei gleiche reinmacht in die Crafting Box in die Crafting Box ja man boah das muss man mal ausprobieren oder oh Dima du bist tot wo bin ich denn grad gestorben kaum bin ich draußen schon bin ich tot der Dima ist leider tot ist so traurig Boah Kripa wartet schon auf mich das war irgendwo entweder hier was ich nicht glaube oder hier so was war denn da hm wer hat denn das für ein Scheiß hier gemacht hey wenn du da ein 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 Stein hinmachst gell dann musst du dich wieder wegmachen und mit Wasser füllen ich glaub's ja nicht wie sagt es nach der Stelle macht alles kaputt nach so einem drei jahre ich gebe mir 100 Jahre lang habe ich hier investiert und du machst alles kaputt durch so einen blöden roten Stein der Schäublegung ich glaub's ja hat ich kann dir noch einmal verzeihen ich hatte 20 Eisenbahnen dort mal ich hatte recht oder sowas ich lüge ich bin guter Lüge wo bin ich denn grad gestorben verdammt verdammt ich hab so Hunger langsam bekommen aber ich muss ich sagen es ist es macht über Spaß grad ich gebe nicht auf ich gebe jetzt nicht auf so ich gebe jetzt einfach nicht auf der erste schon drauf gegangen ist ganz egal wie langsam mein Gehirn jetzt funktioniert ich gebe nicht auf hasta luego er stirbt wo bin ich denn gestorben mein Monster ist drauf gegangen oh warum stirbst du also ich muss mir überlegen was wir da machen vielleicht machen wir das anders das ist voll frustrierend frustrierend und so eine traurige Musik ne bei mir nicht Söne gibt nicht auf Musik oh mein Gott wo bin ich denn gestorben ich hab keine andere Wahlen Leute ich muss dahin gehen ich bin so dumm ich muss dahin gehen eine speziale hinterlasse ich hier vermutlich ich bin so dumm ich weiß die Jungs ich habe ein Problem ich brauche unbedingt eure Hilfe ich brauche unbedingt eure Hilfe und ich habe ein kleiner Fehler gemacht ich brauche richtig richtig gute Kämpfer ach du scheiße hier sind so geschätzte 12.000 Monster am Start und ich habe nicht mal eine Waffe ich habe eine Steinschwert Waffe scheiße okay ich versuche da von der Seite heranzukommen muss ich also bin ich dann gestorben Mann Achtung der Mann und die Weiche überall nicht das werde ich nie ich bin so blöd aber vielleicht kann aber so typisch Blümchen nehm ich auf jeden Fall nicht Fabi du bist nicht der einzige der sich gerade verflucht naja was heißt verflucht ich glaube wir sind wir sind gerade alle drei am abkacken ich habe meine Diamanten aber meine 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 Fabrik funktioniert gut aber meine Diamantenspitzhack ist auch weg sind alle tot aber ich glaube wir müssen uns da noch aus einfallen lassen mit der Lava gefällt mir das nicht so ich muss das finden ich muss einfach diesen ganzen Fackeln folgen m die ganzen Fackeln es ist unmöglich glaube ich das zu finden was ich verloren habe dein Leben hast du verloren das schmerzt es tut weh so weh tut es gern natürlich man so ein blöder gefuckte verpixelte Spinne kommt zu dir und nimmt dir dein Leben einfach weg das darf ich nicht auf mir sitzen lassen einfach so hat sie das gemacht oder? ja und braurig voll schlecht man aber wo ist meine Diamantenspitzhack kann mir das einer sagen? also das eine habe ich gefunden wo bin ich gestorben verdammt ach du scheiße du hast nicht deine Spitzhack verloren doch nein man ich hab dich gebeten echt nochmal 3 so Obsidian abzuschlagen bevor du irgendwas machst dann ich hab's versucht man oh man also ihr gehört ja geschlagen langsam ja oh das ist voll schwer dieses Spiel man das ist schon wieder schwer ja das ist jetzt nicht dein Ernst gewesen oder? ja psychisch ist das wie ein Astronautjob du drehst durch man du verlässt die Kontrolle ich meine so eine blöde Spinne ich zum ersten Mal wurde ich vergiftet glaube ich in meiner Geschichte das kleine verpixelten Jungen und ich hab Hunger aber nicht sterbe ich hier gerade ich war auch ein Zombie ich glaube ich hin und her die ganze Zeit also wenn ich ihn wenn ich wüsste wo ich gestorben bin dann könnte ich schon noch finden du meinst mich dann nur die Möglichkeit wenn ich vergiftet bin ja kann ich eigentlich ausgehen wenn ich gestorben bin nein nein naja naja er sieht nicht gut aus für mich Entschuldigung nur für dich sieht es nicht gut aus ich glaube wir haben alle so ein kleines Problem gerade ich meine meine ich feiere meine 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 ach ich kann nicht mal mehr reden man was habe ich denn gebastelt kann mir jemand helfen deine Falle meinst du ja aber die Falle habe ich falsch bedacht und jetzt um verbrennen unsere ganzen um also die sterben und dann diese Teile was sie verlieren verbrennt auch und die Punkte ja alles 9 ich bin einfach in Fallschrift gegangen hast du was mit Absicht gemacht wie ich nein natürlich nicht nein natürlich nicht was warum machst du das mit Absicht ich hab's nicht mehr aufsicht gemacht warum ich glaube da will ich provozieren ich weiß aber ich lass mich nicht provozieren ich muss meine Sachen finden dann würde ich gute Laune bekommen aber was wie bekomme ich die Sachen wenn da diese Stimme Spinne ist boah du warst auch so ein Glas da nicht schlecht wer ich hab da sogar ein Eisenherr das hast du doch von mir abgeguckt hast doch gesagt letzt mal das würde ich auch haben nein nein das habe ich nicht gesagt doch die Marke Sascha laber nicht doch alle wissen doch dass ich zuerst das hatte nachkommen nachkommen vergesst das wieder ja das ist scheiße man ja man so und jetzt genau okay das ist ja wir haben ruhig ein bisschen Wald vertragen so hier in Schönen Schöne, danke, dass du sie immer mit dunkler machst, du blöder Penner, du, blöder Penner, du, blöder Penner, ich mach dich kaputt, ich mach dich kaputt, ich mach dich zum Brei, du Schlocharsch, ich glaube tatsächlich, dass diese Teile verschwinden, diese Falle, der sagt, die Falle kenne ich verschwinden, aber ich bin total irritiert, hier, ja, ja, manchmal geht bei dir auch kein Werkzeug, gar nichts. Ich muss meine Sachen finden, ich will nicht, dass die verloren gehen, hier muss meine Sachen finden, aber es ist voll komplex, hey, wo kommst du auf einmal her, Mann? Bumm, bau dum, ah! Bei wie? Ah, Skeleton! Hier sind Monster bei dir. Hey, ich hab... Wo? Wie kommen sie ins Haus? Du musst die Türe unten zumachen. Unten? Ja. Die ist doch zu. Ja, dann ist es unten. Was ist unten? Hey, du bist doch ein großer Junge, kannst du dich nicht einfach selber um deine Probleme kümmern? Nein, Mann. Mann, 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 ich hab hier doch auch eigene Probleme. Ja, die scheiß Penner kotzen mich an, du. Der will nicht sterben, oder? Ja, aber ich sterbe doch die ganze Zeit. Ja, guck doch voll böse, da komische Kau. Kannst du mich in Ruhe lassen? Ach, hier, hier kommen sie rein. Er kotzt mich an. Er kotzt mich so an. Na gut. Ha, Skeleton! Hehehe. Ich sage nichts. Nein, will ich auch nicht, Mann. Ich sage nichts. Hab ich nicht irgendwo Holz? Das war mir gerade so dermaßen aggressiv, das Ganze. Ja, das ist ein Zeichen des Hungers. Das ist nicht einfach. Ne. Ne, ich hab schon fünfmal abgekackt. Oh, Schaufeln. Ich muss mir hier einen freien Weg bauen. Wasser kotzt mich an. Boah, wer schlägt mich? Skeleton. Skeleton schlägt dich. So was in die Richtung.